Ihr seid doof, was denn? Das ist doch mehr. Boah, wir sind 1.200 Meter weg, ne? Egal. Erstmal ein Waypoint setzen. Ich glaube hier in die Richtung müsste das sein. So Pi mal Daumen. Und auf 2. Gift. Ist doch cool, dass wir so eine Expedition abends machen. Ex-expetit-petit-petit-tä. Creeper! Jetzt hast du aber was schönes mehr gefunden. Ja. Das ist gerade entkommen, wo man das Flugzeug bauen kann. Und dann kannst du über die Map fliegen. Das wäre geil. Okay, ähm, hier über den Hügel, glaube ich. Irgendwo dahinten. Wo? Blauch, was sehen? Ist nix. Also leicht lächst bei mir auch. Weiß, wir hätten den Typen nicht schlachten sollen. Oh! Ein Hund! Weil der halt ein Weizenfeld ist. Wir hätten ihn... Oh! Weiße! Wir hätten ihn verkaufen. What the fuck? Wir hätten ihn unser eigenes Weizen verkaufen können. Ja. Blauch? Ja? Wo bist denn du? Na hier hinten. Wo? Ich bin einfach gerade was weitergekauft. Erstmal Gratisholz mitnehmen. Oh Gott! Sag doch was! Oh Gott! Bist du behindert? Mach das zu! Also wir haben Spaß! Blauch führt uns zum Wasser. Oh, jetzt soll's nicht mehr lenken. Ja, bei mir lagts trotzdem noch irgendwie. Also ich hab zwar nicht relockt, aber bei mir... Das haben wir... Egal. Es ist 6 und 9 morgens. Ab in den Krieg. Ja, echt. Into the war! Oh Gott! Vielleicht der Zombie will mich mit ner Schaufel erschlagen. Was ist das? Oh Gott! Wie viele! Oh, die Sonne geht auf, Kinder. Hui! Ey, irgendein Scheißer, lass uns lieber warten hier drin. Im Ernst jetzt. Da hinten, das sieht aus wie Wasser. Pass auf, pass auf. Komm hier rein. Ich baue jetzt erstmal ne Workbench. Oh Gott, ich hab kein Holz. Warte. Kann man ja ändern, ne? Kann man ja ändern. Also ich glaube in die Richtung da, Genie. Reiß das Dach ab. In die ist Wasser. Ja genau, halt ich vor. Sven, seid ihr durch den Dschungel oder durch Schneebiom? Sag ich das nicht. Boah, dann gehen wir durch Schneebiom. Wir sind durch erst bisschen Wüste, dann bisschen Dschungel, dann wieder Schnee, dann wieder Dschungel, dann wieder Wüste und jetzt sind wir hier. Okay, dann seid ihr woanders. Also hier ist auch ne gute Beschreibung. So, pass auf. Ähm, wir brauchen noch Stein und ich weiß, dass Stein direkt unter uns ist. Nämlich genau hier. Warte. Ich weiß, dass ich nen Stack dabei hab. Das Wasser sieht leicht dreckig aus. Sven, ich hab nen ganzen Stack dabei. Erstmal drin, Schwimmgenie hier. Die will ich aber nicht. Gib mir mal Sticks, bitte. Ja, ich mach ja welche. Kunde. Oh, hier ist ne coole Höhle. Da waren wir bestimmt noch nicht drinnen gewesen. Schau mal. Sperrt. Da unten. Ne. Sauber. Warum war ich die dabei? Oh Gott. Aber, naja. Coole Höhle. Gib mir nochmal die Sticks. Ich hab nur noch einen. Ja, wie. Ach ne. Oh Junge, warte. Du 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 du. Ui. Haaaah. Wölfe. Hallo Wolf. Hä? Guck mal die sind da unten. Drinnen. Oh, geht der gar nicht. Wo ist denn das Loch schon wieder hin? Da hinten. Oh, das ist überall in der Bücherei. Da hinten. Da hinten. Hallo Wolf. Danke. Gib Bücher. Was machst du jetzt Koch? Befreie die Wölfe. Nicht befreien. Die sind böse. Und wir püren das MPC doch. Ich bin hier ganz toll und links und so. Gratis Tür. Was hab ich denn hier für FPS Einbrüche? Gratis Tür. Was ist denn da los? Was denn? Ich hab irgendwie FPS Einbrüche. Ich nicht mehr. Oh scheiß Gratis Zaun nehmen wir auch mit. Ey. Tut ihr gerade von den Einwohnern alles kaputt machen? Ja. Nicht machen. Da hauen die ab. Ja, scheißegal. Kennt der Rettelichter? Das ist doch. Gratis Tür. Reiß erstmal die Tür ab und nimm die mit. Au. Au. Alter, der fletscht ja richtig die Zähne. Elf Bücher für ein Smaragd. Warte, warte, warte. Der tut mal in die Bücherei. Der hat mich abgepflanzt. Pass auf. Der verdient seine eigenen Bücher jetzt. Ja, da hinten ist mehr. Ganz viele Wölfe. Ich hab einen bekommen. Hast du noch ein Buch? Oh, mir fehlt ein Buch. Nein. Ich hab kein Buch. Erstmal vertickt seine eigene Ware. Was macht Lauf? Erstmal die Wölfe töten. Ja, korrekt. Der will 16 Fleisch für einen. Oh, ich hab nur gebratenes. Scheiße. Wir müssen erstmal seine eigene Kühe schlachten. Oh, scheiße. Hilfe. Was will der hier? Hilfe. Die gehen alle auf mich. Ich hab einen Smaragd für vier Brot. Den bring ich um. Ja, sowas unverschämt ist. Das ist unfassbar. Gratis Workbench. So, wollen wir dann jetzt hier unsere Böckchen aufbauen? Gratis Möbel. Nehme ich alles mit. Hui. Eine Seefahrtie ist lustig. Eine Seefahrtie ist schön. So, erstmal Außenperspektive. Warte. Lass es lieber anzünden. Das ist viel witziger. Gratis Brunnen. Lauf, nicht so schnell. Gratis Brunnen. Warte, ich fahr hier nur noch mal. Guck mal. Das ist voll die Zombiefalle. Hallo Genie. Hallo Captain Koch. Nein, nicht zu mir gucken. Dann steuerst du zu mir. Mach mir mal hier einen Weg frei. Ich komm nicht raus. Danke. Ey, Lauch. Gratis Bohnen. Jo, krass Bohnen. Ding, 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 ding. Ey, wir müssten mal so ein Bootrennen machen oder so. Mach wir doch gerade. Was ist der für hier Fleisch? Bei uns gibt es ganz viel gratis Zeug. Sag mal. Warte, dann bleibt mal kurz stehen. Ich will mal ganz kurz gucken. Koch, wo konntest du das einstellen mit dem, dass es hier gecleared ist, die... Hä? Ähm, na hier die Texture Pack vom Wasser. Wir wollen Rache. Was gecleared? Das Wasser oder was? Ja, ja. Meine Ahnung. Das ist so. Durch Optifile und den Shader. Ja, ich hab dasselbe drin. Ja, bei mir ist ja auch der Shader drin. Drei Smaragde für ne Schere hat der geraucht. Töte ihn. Erstmal töten. Du bist unverschämt. Wo wollen wir denn hin? Alter, hört auf die Einwohner zu töten, Ysäcke. Weißt du wie unverschämt die sind? Voll dreist. Der wollte drei Smaragde für eine Schere. Der hat doch geraucht. Der hat es nicht verdient zu leben. Wollen wir dann hier an Land gehen oder? Nö, lass mal weiterfahren. Hier ist doch nix. Wir können mal hier so ein bisschen... Heizigen und Verhuteln. Ey, ihr seid viel zu weit schon. Mach mal deinen Speed aus. Ihr macht doch gar nix. Ey, es sind ganz viele Schafe. Schafe, Schafe, Schafe. Wir brauchen weiße Wolle für unseren Dings hier. Wie heißt das? Für dein Rotlichtmilieu. Nein, schon wieder kaputt gemacht. Ich kann das nicht. Gib deinen Trick, Genie. Du schlägst erst bei uns. Ja, wir brauchen doch Wolle für... Für unsere hier Table Dance Stange da. Table Dance sag ich schon. Table Dance Stange? Pole Dance Stange. So, das Haus ist weg. Nein! Oh, Gratiswolle. Oh, also Tini, hier drunter ist ne... Oh, ne Höhle. Ne dicke Höhle. Ja, ich bin beinahe reingefallen. Oh, what the fuck ist das für ne Höhle? Ah! So, wait, sollen wir weitergehen? Können wir machen, ja? Warte, ich sah noch die Gratiswolle ab. Okay. Alter Genie, das ist ne Höhle. Okay, die ist... Geil. Die ist richtig riesig. Ich bin hier beim... beim Brunnen. Beim was? Beim Brunnen. Weil man weiß, was ich grad scheiße finde. Dass ich meine Diamantspitzhugge nicht mit hab. Okay. Ja, ich hab ne Beruhsamkeit mit. Super. Okay. Aber die ist von unserem Dorf entfernt. Von unserem... ja. Okay, die Höhle ist echt geil. Oh, das ist... Das ist ne riesen Höhle. Ich glaub, die sollten wir uns mal merken. Die hat echt so Auswirkungen, Ausmaße von unseren... unserer anderen Expeditionen. Ja. Vom Clanserver hier. Erstmal ein Waypoint machen. Gratiswolle. Gratiswolle. Gratis Schwein. At Waypoint. Ohne Kuh. Geile. Ne, scheiß auf die Kuh. Wo ist denn jetzt jeder Ausgang gewesen? Hier, ne? Gratis Kakaobohnen. Ja, echt. So. Geile... Wie viele Sachen es hier gratis gibt. Ja, echt, ey. Die Welt ist ein einziges Geschenk. Ja. Gratis Kuh. Noch ein Gratis Schwein. Gratis XP. Ja, normal. Also hier ist echt viel zu holen. Ja. Stimmt. So. Ja, ihr wollt euren Dorfbewohnern, ey. Ihr nehmt hier total aus. Die haben euch nicht zerstört. Die Weihnachtsgans. Wir haben das Dorf zerstört. Sie sind nehmt hier weg. Also so halb. Und wir haben die Einwohner getötet, die zu dreist waren. Ja, echt. Ja, und dürfen da in ihrer verbrackten Hütte jetzt weiter wohnen. In ihrem Ghetto. In ihrem Ghetto, genau. In ihrem Ghetto. Der wollte drei Smaragde für eine Schere. Ja, Smaragde gibt's doch hier sowieso wie Sand am Meer auf dem Sirt. Genau, Schere. Trotzdem, der hat es verdient zu sterben. Oh. Ich will jetzt in so'n Tempel finden, irgendwie. Ja auch. Da sind Fallen drin und sowas, ne? Da müssen wir aufpassen dann. Oh ne Scheiß. So wie letztens, ne? Oh, hallo Herr Pika. Achtung, Genie, nicht in die Mitte auf die Druckplatte. Ja, und soll ich mal sagen, Video Beweis war es, dass du das warst und nicht ich. Ja. Willst du mich verhaschen? Das war das nicht. Guck dir das Video an, man sieht eindeutig, dass du genau draufgetreten bist. Hier. Das stimmt. Das ist manipuliert. Nee? Nee. Doch. Absolut. Boah, da halten die Schwuckele zusammen hier. Mein Expeditionspartner will niemals so etwas Unüberlegtes tun. Schreib dir gleich, ey. Da ist wieder eine Wüste, da können wir, da ist wieder ein Dorf außen. Alter, was ist das denn hier für eine Höhle, ey? Oh Gott, der kam neu gerendert. Ich kann nicht mehr sprinten. Erst mal was essen. Ich schon. Mal gratis essen zu sich nehmen. Gratis essen. Boah, Junge. Wo seid ihr gerade in der Höhle? Ich bin schon oben, weil ich warte auf euch, damit wir weiterfahren können. Guck mal, hier ist irgendwas. Achso, ja. Dann, äh. Hast du einen Waypoint gesetzt drauf? Boah, eine riesige Höhle. Oh Gott. Gratis Eisen. Dann kommen wir demnächst irgendwann nochmal dahin. Gratis Eisen. Gratis Kohle. Wir müssen vor, vor Waves und Swain müssen wir einen Tempel finden. Ist auch Eisen. Oh Gott, wie viel. Ach, da vorne ist er. Ja. Lass mal die Höhle ausnehmen. Hör mal, Frau Flaschen Gaste. Ja, wir brauchen ja ein bisschen Samen. Gaste. 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 Gratis Kohle. Oh Gott, ganz viel. Äh. Gratis Waves. Äh. Ja, ich such den Weg nach oben. Sekunde. Kannst du gerne nach oben bauen. Ja, Sammelst du nichts mehr auf, weil dein Inventar voll ist. Hab ich die so oft genommen? Oh. Tatsache, ich kann ein bisschen wegschmeißen. Dafür bin ich dein Eisen jetzt aufgesammelt. Mach das. Ja, passt schon. So. Boah, ist das hier ein Meer? Warte mal, wir müssen ein bisschen mehr links gehen. Ungut. Guck mal, ich hab jetzt schon über 30 mal Samen jetzt. Da können wir wenigstens das noch voll machen dort. Und ich kann die Hühner vermeiden. Richtig. Giga Bad Genie. Oh Gott, ja. Deine, hier, ich hab noch Wolle für deine Pooldance-Ecke da. Ja, ja, ich hab schon, ähm, 10 Mal. Ja, willst meine Wolle nicht haben? So, wie macht du denn jetzt bitte das Boot wieder, also, weißt du, dass man halt das nicht kaputt macht? Du... Vorher draufschlagen, bevor du an Land bist. Solange du... Ja, mit der Linken oder mit der Rechten. Irgendwo gegenfährst, der Linken. Oh, das sieht gefährlich aus. Komm mal, Genie. Wenn du dein Boot... Das ist eine Insel, wo du jetzt auch zu steuern willst. Und dann irgendwie an Land fährst, dann machst du es kaputt. Aber wenn du vorher aufs Boot drauf haust, dann kriegst du das Boot wieder. Wo ist es jetzt? Ja, eben. Meins war nämlich auch weg. Nee, das ist ja... Wo ist denn das jetzt? Ja, kaputt. Hm, meine... Achso, ja. Äh? Jetzt seh ich. Ja, das war bei mir die ganze Zeit schon gewesen. Können wir machen. Nee, doch, das ist es doch. Wie weit sind wir weg jetzt? Äh, wir sind weg... 1800... Mit der Linken Maus. Ja, mit der Linken Maus ganz lange draufschlagen. Das ist ganz oft. Gut. Äh... Wie ein Eimer. Ah, ja. Boot. So, wo fahren wir hin? Hast du eins, oder? Hm, hm. Na hier, mal so lang oder so, würde ich sagen. Warte, ich bau dir eins. Ist das da hinten mal ein geiler Berg, oder ist das ein geiler Berg? Das ist ein cooler Berg, ja. Oh Gott. War so klar. War so klar. Schwarze Schafe. Warte, ich bau nochmal für jeden Zweites. Ähm, falls da irgendwie... Was ist das da hinten für eine Konstruktion von der Höhle, ey? Guck das da oben an. Kann weg, Junge. Wir hätten von unserem Müll am Lavasee ausleeren können. Da könnte man einen übelst perfekten Tempel an der Opa bauen. Ich war selber über Bord. What the fuck? Was ist denn übelst geile Posen? Lauch! Was denn? Ich bin an deinem Boot gef... Oh, Mann! Du warst das. Ja, weißt du? Ich wusste nicht, dass du direkt stehen bleibst. Jetzt wieder mein Zweite... Mein... Oh, wieder ein Boot kaputt. In die große, weite Welt. Oh, Scheiße. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Was machst du denn? Ich sterbe? Nicht. Gut. Boah, wie komisch das aussieht hier. Erstmal ausleuchten. Da könnte man echt perfekt einen Tempel drauf bauen auf dem Berg. Ah, Spende! Oh, der perfekte Sonnenuntergang. Ja. Wir sind auf dem Meer. Mitten auf dem offenen Meer. Ja, ja. Alter, der Berg sieht richtig cool aus. Von hier oben sieht der Sonnenuntergang noch besser aus. Warte. Oh. 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 Erstmal musst du mein Turbo einschalten. Ey, wir müssen da unten unser Geheimvorsteck bauen. Sodass Wayne und Waves da nicht hinkommen. Ja, findet ihr uns sowieso niemals. Alter, wie geil ist denn das hier bitte? Ja. Waves geht ja ein cooles Stück vor uns noch. Ich sehe gar nichts vorne, ne? Ich auch nicht. Einfach nur Meer. Ja. Hm. Wo kann man denn hier einmal hingehen? Ah, hier vorne ist... Lol, wie sieht das bitte aus? Guck mal. Na, überhol dich dich. Hier drüben. Hä? Wo seid ihr denn? Ich baue mich grad in den Berg hoch. Wo seid ihr jetzt wieder hin? Ich bin grad durch dem Dschungel hier. Hm. Oh fuck, ich bin fast tot, sehe ich gerade. Ach, da wirst du lange laufen. Alter. Brauchst du essen oder was? Nee, ich hab schon. Das sieht cool aus. Guck mal, das sieht so, so... Gegründet aus. Ich sehe gar nichts mehr. Wir sind mitten auf dem Wasser. Ich werde jetzt mal drüben so lang gehen, mal gucken.